Das Mitleid wird groß. Es sind lauter über die Köpfchen, die gerade das Mitleid ausdrücken, das ist eurer Einteilnahme, eurer emotional, ehrliche Einteilnahme, die wirklich, wirklich von Herzen sind. Herzlich Willkommen zu Zappmaric, 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 ist auch egal. Wir starten und starten und starten, so, ich bin die Fortsätze natürlich, aber das habe ich schon ein bisschen eher drücken können. Oh, ich habe nicht vergessen, die Teamspeaks zu switchen. Ich bin da, glaube ich, noch in den normalen Channel drin. Das ist nicht so schlimm, Mann, das ist laut hier. Genau, wir brauchen was gegen die Insekten. Wir brauchen was gegen die Insekten. Also gehen wir mal gucken, was wir gegen Insekten finden können. So, ich hoffe, ich habe noch eine Map. So, im Prinzip nur nach rechts. Okay. So. Ich will kurz mit der Map gucken, ob wir in die richtige Richtung sind. Oh, falsche Richtung. Wohin sind, fahren wir so weit nach Süden. Das ist in Richtung Westen fahren, Nordwesten, ganz falsche Richtung. Ah, dann kriegen wir keinen Kompass. Ah, da, guck ich nicht, ob wir einen Kompass machen, mich blüht. Ah, ich hätte mir ruhiger noch was sagen können, finde ich. Oh, Mann. Oh, Mann, Mann, Mann. Tschüss, Mann. Ist das eine Pyramide? Das ist unser Ziel. Ich will probieren, was wir uns einsammeln können. Ja, das ist hier. Hier können wir hier rauf. Guck mal, das könnte es sein. Gedenkbibliothek? Oh, gewollt. Okay. Jetzt will ich mal hochklettern. So, was aber erstmal ganz gut ist. So, ach so. Hier müssen wir wieder. Ja, mal runter. So. Diesen Bogen können wir generell irgendwie lang klettern, also. Und jetzt. Können wir da hoch? Jupp. Das geht. Das geht, das geht. Dann können wir hier. Nee, Erik ist hier mir ein bisschen weggegangen eigentlich. Nee, oder? Doch, die ist nicht mehr ganz so grün, oder? Das ist jetzt nur hier jetzt in der Spielsequenz so. Nachher wieder, wenn wir dieses Filmsequenz kriegen, ist ja wieder alles grün, das war hier. Ich glaube, mit irgendwas infiziert, im Blick. Schauen wir mal. Ich dachte auch, die sind ziemlich grün, in den Händen und Füßen. Ja, lustet auch, sehr ungesund. Oh, das ist was. Ah, haben wir was gefunden. Können wir wieder gucken, haben wir wieder einen Teil gefunden. Wo denn? Was war das da, oder war's das? Da fehlen uns noch alle Hand. Es fehlen noch alle Hand. Also die Geschichte. Da fehlen auch noch viel. Okay, da fehlen noch zwei. Moment, da fehlen noch. Da fahren wir nicht weiter. Ich kann also nicht klettern. So, hier müssen wir weiter, ja. Da kann ich ruhig rauf, da musste ich unten lang klettern. Hopp. Dann müssen wir da hoch. Ja, ich denke, wir müssen da hoch. Was ist denn da los hier? Ja, ich pusche hier. Da hab ich ja gekommen. Ah, da müssen wir da. Alles klar, jetzt geht es so rohlen lang. Ah, wir können auch was da noch rüber. Wo oder da. Jetzt mal da rüber. Komm mal. Nein, kommen wir nicht. Okay, das ist eine viel spätere Geschichte gedacht. So. Wenn wir da hinkommen. Ich muss vielleicht drauf springen lassen. Gucken wir mal. Mal checken, dass wir oben die Lage hier. Hier ist nichts. Wir haben aber noch das Fernenglas. Das liegt auch manchmal noch was. Jetzt gucken wir mal. Das ist nichts. Ah, haben wir was gefunden. Ne? Okay, haben wir noch was? Ne, das war's. Haben wir hier nicht. Alles klar, wo haben wir alles. Was haben wir jetzt hier? Ah, da soll es hochgehen. Da soll es hochgehen. Das war das. Wir werden bestimmt nicht alle Rätsellösungen helfen. Ich bin auch nicht so der alle Rätsel und Quäste auflöst. So. Dann haben wir wieder was. Schnell gucken. Hier haben wir es. Herrlich. Haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Wir nochmal gucken. Da haben wir. Einen fantastischen Ausblick haben wir hier. Aber wir finden hier nichts Neues. Okay. Alles klar, wir geht hier weiter. Kann nicht alles gewesen sein. Was? Nur das? Da kommen wir nicht hoch. Da kommen wir nirgends runter. Ne, hier ist nichts. Das war nur das. Das war nur das. Tür kann man nicht aufmachen. Nö. Ach, da ist auch irgendwas mit der Tür, oder? Ich schlafe mir diese Tür hier nicht. Aber man kann sie nicht öfter. Ne, geht nicht. Hm. Das ist egal, dass wir das mit der Tür jetzt. So. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Mal runter. Da ist nichts. Okay. Hopp. Runter. Klar, jetzt müssen wir hier auch wieder runter. Und ich sehe, dass wir irgendwie darüber springen können. Jetzt gehen wir auf die Pflanze. Hopp. Jetzt, jetzt können wir eine Pflanze. Ich sehe es wohl. Alles klar, lockt doch, lockt doch. Ich weiß nicht, dass wir jetzt unserem Bruder helfen können. Dass wir so tragisch, wenn wir es nicht könnten. Und als brabe Schwester versucht man natürlich alles, was er seinen Bruder retten kann. So, wenn wir die Jungs hier runtergehen, glaube ich. Wir dürfen balancieren. Wir müssen wahrscheinlich hier irgendwo runter. Kann das sein? Hä? Hä? Ich kann nichts sehen. Oh, hier irgendwo hoch. Ah, Blimpfisch. Ja, guck mal nach oben. Kollege, guck mal nach oben. Sind da wieder auf die Blimpchen da. Aufkommen. Ah, Tatsache. Höher geht's nicht. Halt, wir müssen aber hier wieder runter. Und dann müssen wir hier auch runter. Dann gehen wir wieder an dem Blümchen entlang. Dann geht's wieder nach oben. Wir müssen nach unten geht's nicht. Herr Gerd, nach oben. Ich hoffe, dass es jetzt mehrere Möglichkeiten gibt. Geh weg durch eine Fliege. Oh, ihr Fügelchen. Warte, euch jetzt nicht stören. So, hopp. Okay. Dann sind wir hier. Dann ist das Rohr, der uns wieder nach oben bringt. Weil sonst haben wir hier nix. Die Tür können wir nicht machen. Nein. Der ist auch hoch. Halt, warte. Da kommen wir noch mal was. Warte mal. Kommt der auch noch irgendwie hin? Das ist auch ein Buch. Gucken wir mal, ob er da auch noch gekommen. Da ist es mal oben. Ich will mich da hinkommen. Ach, da hast du ein Rohr auch. Okay. Aha. Hier, wo ist das Rohr und es vielleicht weiter? Ah, wer ist denn das? Hm, okay. Wo ist die Kelle? Dann schöner ist das nicht, aber... Wo ist denn? Oh. Das hat mich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Oh, hier geht's nicht. Ja, jetzt weiter. Ah, ja, ja. Natürlich. Da müssen wir weiter. Hm, hier geht's nicht weiter. Nein, nee, 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 bleib mal um, bleib mal um, bleib mal um. Da muss ich nicht runtergehen. Oh, hier ist noch ein Stück Buch. Okay, dann haben wir hier nicht. Was ist das? Hm. Ich bin hier noch hoch. Da ist er wieder. Wo sind wir denn? Nein, ich versuche doch... Da kann er nichts machen. Wenn er drauf ist, auf der Bahn, dann geht's automatisch rüber. Ah, ja, da haben wir's. Wo ist er? Siehst du, ein Säckenspray. Wo noch ein paar Freunde. Wo auch. Wo auch. Wo auch. Ich muss Tacos säubern. Ja gut, das machen wir in der nächsten Folge. Also, habt euch froh, bis zunächst, euer Jocker. Ciao.